Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 10. Folge von unserem Supremacy 1914 Let's Play. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten. Wir befinden uns inzwischen an Tag 10, kurz vor dem Tagwechsel auf Tag 11. Und rein punktetechnisch hat sich nicht viel getan. Wir halten uns nach wie vor mit Spanien auf Platz 3 und 4, lassen den Abstand zu 1 und 2 nicht zu groß werden und setzen uns dann jetzt langsam doch von den folgenden Plätzen so ein bisschen ab. Also es sieht alles in allem ganz gut aus. Wenn wir uns mal in das Diplomatie-Ranking reinschauen, sehen wir, dass wir 97 Siegpunkte haben mit 52 Provinzen. Das packt uns mit den Provinzen sogar auf Platz 3 direkt hinter die Chinesische Republik und die föderierten malayischen Staaten. Also alles wirklich momentan ganz gut. Gut, es hat sich auch ein bisschen was getan von gestern auf heute. Diese Folge kommt glaube ich erst nach Weihnachten raus, wenn ich richtig gerechnet habe. Nichtsdestotrotz will ich mal ganz kurz zu Beginn auf das neu erschienene Update eingehen. Wir haben nämlich heute den 20.12. und gestern Nacht oder heute Morgen war dann für mich auch das neue Update verfügbar. Das heißt ab sofort gibt es einmal Operationen hier oben. Also bestimmte Missionen, die man zu erfüllen hat. Die erste Mission, die freigeschaltet wurde mit dem Update ist das Erobern von Provinzen. Insgesamt muss man glaube ich 30 Provinzen erobern, um die größte Belohnung zu bekommen. Innerhalb dieser Mission erhält man dann diese neuen In-Game-Cards, diese Spielekarten, die man bisher glaube ich noch nicht im Shop kaufen kann. Ich glaube es jedenfalls, man kann ja mal nachschauen. Was kriegt man hier? Ah doch, guckt euch das an. Da ist es schon. Ist schon das erste Ding. Guckt euch an, das ist schon das erste Angebot mit den Spielekarten. Viermal Moraltrefferpunkte, einmal Sturmtruppen. Ja super, guckt euch das an. So geht es los. Da ist natürlich die Frage, wie sich das Ganze am Ende jetzt verhält. Aber die wollen halt natürlich Geld damit machen. Was soll man dazu sagen? Aber zurück zum Thema. Es gibt die Missionen, mit denen kann man sich diese ganzen Karten hier auch verdienen. Und dann über die Boosterkarten-Account oder direkt über die Flächen kann man die Karten dann super einfach einlösen. Als kleiner Tipp, auch wenn diese Mission jetzt wahrscheinlich schon abgelaufen ist, mit den Gebieten erobern. Besonders bei dieser Mission empfiehlt es sich einfach in eine Tutorial-Karte, also quasi die 31er-Karte mit dem Vierfachgeschwindigkeit reinzuspringen. Weil erstens die Gegner dort in der Regel nicht so stark sind. Und man super schnell super viele Gebiete einnehmen kann. Also ich habe jetzt innerhalb von wenigen Stunden hier auch schon die ersten 11 Gebiete eingenommen. Die habe ich sicherlich alle nicht hier eingenommen. Weil es hier ja relativ träge und langsam vorangeht. Aber das soll es dann auch erstmal schon zum Update gewesen sein. Ich meine, es ist jetzt auch schon über eine Woche alt. Und ihr kennt mit Licherheit alles schon zur Genüge. Wir sind ingame richtig gut aufgestellt. Wir fressen uns immer weiter nach oben hoch. Wir kriegen auch nicht mehr wirklich Gegenwehr. Unseren zweiten Kollegen hier im Norden konnten wir jetzt schon aufreiben. Und die paar Einheiten, die entkommen sind, werden jetzt von Oberwolter hier so ein bisschen in den Schwitzkasten genommen. So, dass ich mich jetzt einfach hier von einem Gebiet zum nächsten langsam aber sicher durchfresse. Ohne da jetzt großartig aufgehalten zu werden. Die eine oder andere Provinz überspringe ich aktuell. Wie zum Beispiel die mit der Dreienwahlfestung drin. Hier ist auch noch eine doppelte Festung drin. Also ich greife jetzt aktuell nichts an, wo ich auf Anhieb weiß, dass ich irgendwie 20 Einheiten oder sowas verliere. Weil ich glaube, es ist ein Zehnerstack mindestens drin gewesen. Und so beiße ich mich hier einfach durch. Es dürfte auch nicht mehr so lange dauern, bis wir irgendwann hier oben ankommen. Da ist auch schon ein Level 3 fest. Und man weiß nicht, wie viel drin ist. Schade, sonst hätte ich mir das auch noch geholt. Dürfte also nur noch eine Handvoll Tage sein, bis der Krieg hier auch gegessen ist. Und sobald sich das hier abzeichnet, werden wir auch anfangen, uns gen Süden zuzuwenden. Ich sammle jetzt schon immer mehr Truppen. Auch hier an der Küste sind zwar erst 9. Und auch hier unten an der Grenze von der Südafrikanischen Union fange ich jetzt an, immer mehr Truppen zu sammeln. Sodass ich dann zeitnah auch anfangen kann, diese Insel und dieses Gebiet einzunehmen. Sodass dann quasi ganz Südafrika und Ostafrika mir gehört. Und dann wäre natürlich der nächste Schritt dann vorzugehen gegen britische Ägypten, die hier oben sich noch breit gemacht haben. Und dann ist man tatsächlich schon direkt neben der Koalition die Sieger, die sich hier in dem Bereich ausgebreitet haben. Die dürften auf Platz 3, glaube ich, aktuell sein. Oder nee, sogar Platz 2 mit 193 Siegpunkten. Was ganz interessant ist, ist, dass die Sieger jetzt erstens hier oben auf Spanien treffen und dann hier unten auf mich treffen. Und rein theoretisch sind Spanien und ich zusammen genauso stark wie die Koalition. Also gegebenenfalls bietet sich hier ja vielleicht eine Zusammenarbeit an, wo man dann gemeinschaftlich gegen die Kameraden vorgehen kann. Wobei die Sieger halt auch, abgesehen von dem Puffer Russisch-Kasachstan zwischen der DDR und uns stehen. Das heißt, die Sieger sind so ein bisschen unser Puffer. Man muss nur hier unten ein bisschen aufpassen. Hier sind nämlich schon die föderierten malayischen Staaten, die relativ dicht jetzt auch schon an Arabien dran sind. Das heißt, auch da muss man aufpassen, wie sich das entwickelt. Dadurch, dass Arabien in der Koalition der Sieger ist, habe ich ihm übrigens schon die geteilte Karte entzogen. Er hat es bei mir noch nicht abgeändert. Ich weiß auch gar nicht, ob man da eine Info bekommt, wenn einem das weggenommen wird und man nicht unbedingt darauf achtet. Auf jeden Fall kann er nicht mehr sehen, was ich mache. War mir doch sehr wichtig. Dadurch, dass ich ihm das angeboten habe, als er noch nicht in einer Koalition war und jetzt eigentlich ein direkter Konkurrent ist, dann bin ich da ein ganz, 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 ganz klein bisschen vorsichtiger geworden. Ober Volta hat sich auch richtig gut durchgefressen. Schön Richtung Norden hoch. Ich habe ihm jetzt empfohlen, dass er sich vielleicht mal hier ihn und ihn, also unsere beiden ehemaligen Koalitionspartner, einverleibt. Die sind ja auf K, die kommen auch nicht wieder zurück. Also soll er sich vielleicht hier die ganze Westküste holen. Und zusätzlich kommt Spanien jetzt auch rüber und will sich hier im Norden so ein bisschen breit machen. Soll er ruhig machen. Mich stört das jetzt nicht sonderlich. Er kann auch nicht mehr wirklich weiter gehen, Osten gehen, weil hier halt dann die Koalition ist, mit der er sich anlegen müsste. Ich weiß gar nicht, ist Großbritannien? Oh ne, Großbritannien ist auch inaktiv. Das hätte er sich auch noch holen können. Macht er zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht wirklich. Ich finde es ein bisschen fahrlässig, das hier alles wegzuziehen. Aber wenn wir diese Grenze hier, eines sagt dann, dass die beiden einen Deal miteinander haben. Irgendeinen Rechtangriffspakt oder sonst was. Weil sonst würde keiner von beiden seine Grenze so ungesichert lassen. Und Österreich zieht hier wirklich alles gerade in den östlichen Bereich. Ohne wahrscheinlich unten die letzten Provinzen einzunehmen. Und dann ist die Frage, ab wann wir in den Konflikt geraten. Beispielsweise mit den Siegern. Könnte schneller, aber auch später geschehen. Hängt wahrscheinlich auch maßgeblich davon ab, wie sich die DDR-Koalition hier auffällt. Und was für Absichten die am Ende des Tages verfolgen. Ich gucke gerade mal. Angelandet ist hier aber noch niemand in Amerika. Ne. Nun bleibt also alles wirklich sehr spannend. Und dazu kommt auch, dass wir in 22 Stunden unsere erste Artillerie bekommen. Das war die um einen Tag geboostete. Dann einen Tag später bekommen wir die Artillerie. Und dann ist auch in einem Tag und 12 Stunden unser erster Kreuzer fertig. Ressourcentechnisch stehen wir ganz gut da. Mit 10.000 Eisen und 8.000 Holz. Ich habe jetzt auch angefangen hier. Wie man hier sieht, hier kommt die erste Eisenbahn. Hier kommt eine Eisenbahn. Ich gebe jetzt aktuell immer mehr Eisenbahn in Auftrag. Muss allerdings jetzt auch. Dann ein oder zwei kann ich noch in Auftrag geben. Ich denke mal nur eine. Und dann muss ich auch schon wieder anfangen mit sparen. Weil in knapp 24 Stunden die Level 3 Fabrik in Bau gegeben werden kann. Und ich würde gerne bei den drei Fabriken wenigstens durchrasen. Und vielleicht bauen wir sogar, wisst ihr was? Wir bauen hier auch noch eine Level 1 Fabrik schon mal hin. Können wir ruhig zwei, drei von bauen. Haben wir hier sonst noch irgendwas da? Da bauen wir eine alte. Wisst ihr was? Hier habe ich nicht gerade noch Prima. Aber ich habe mir vorhin wieder 15 Stunden Werbung angeschaut. Schauen wir mal. Werkstatt. Das, das, das und das. Okay, super. Dann fangen wir hier jetzt auch noch an. Eine Fabrik hinzubauen, damit wir hier auch einen Hafen hinsetzen können. Damit wir nicht nur auf der Seite Schiffe produzieren, sondern auf beiden Seiten Schiffe produzieren können. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass mit den einverleibten Gebieten hier und dem, was hier noch kommt, unsere zur Verfügung stehenden Rohstoffe ganz schön stark ausgebaut werden. Und ich glaube, das war es auch schon. Ich werde jetzt gleich nochmal rüberspringen in meine Tutorial Map und versuchen, hier noch ein bisschen weiter Gas zu geben. Und vielleicht noch ein bisschen was freizuschalten. Ich bin ganz froh, dass man die Sturmtruppen hier nicht einsetzen kann und die gesperrt sind für die aktuell laufende Runde. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ding so auf die nächsten Runden auswirkt. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag und freue mich auf euch. Bis dahin.